Kann eine Wahl spannender sein als diese? Wir schauen natürlich auch heute in die USA auf ein gespaltenes Land und sogar zerrissene Familien. Thema heute bei uns und einiges mehr jetzt interessant. Guten Abend zur Sendung heute. Vor allem anderen, weil es so bestürzt, erst einmal zu diesen Bildern und einem ganz tragischen Ereignis. Einem Feuer in einem Wohnhaus in der Innenstadt von Leipzig ist das gewesen. Neben Verletzten gibt es, und das ist so besonders tragisch, auch ein Kind, das bei diesem Brand ums Leben gekommen ist. Es ist ein trauriger Tag heute für alle, die damit zu tun haben. Thema gleich der Krimi geht also weiter im Kampf um den finalen Platz im Weißen Haus. Zwei wollen da um jeden Preis gewinnen und über die Methoden kann man auch heute sehr staunen und sogar streiten. Das sehen wir gleich hier in der Sendung. Aber erst mal geht es weiter in den Norden, denn möglicherweise ist die Polizei in Schleswig-Holstein, da sind wir jetzt einer ganz schön gruseligen Sache dort auf der Spur. Nachdem man einen Mann festgenommen hat, der möglicherweise ein Verbrechen begangen hat, der wird nämlich verdächtigt, eine Frau ermordet zu haben. Daraufhin hat man dann das Haus durchsucht von ihm und man hat dort eine weitere Leiche gefunden. Also womöglich hat man es hier sogar mit einem Serientäter zu tun, wenn man das jetzt schon mutmaßen kann. Und ein ungewöhnliches Bild haben wir zu Beginn, denn zur Bergung musste man übers Dach. Dann haben wir heute, und das ist ja auch mal schön in diesen nicht so ganz leichten Zeiten, ein Bild, das einem zu Herzen geht. Aus Wuppertal kommt es, da haben wir berichtet von vor drei Tagen von einer schweren Explosion. Und das war wirklich sehr schwer, es hat auch einen Toten gegeben. Aber jetzt gibt es doch noch mal ein Bild der Hoffnung. In den Trümmern ist nämlich tatsächlich eine Katze wiedergefunden worden. Das war auch nicht so ganz leicht, denn eigentlich darf man das Gelände gar nicht betreten, Einsturzgefahr. Aber die Katze, die hat dann schon sehr klar gemacht, dass man doch bitte kommen solle und sie retten. Nun also in die USA. Ja, wir dachten, wir könnten Ihnen heute klare Ergebnisse zur Wahl übermitteln. Aber nein, die, die es den ganzen Tag schon verfolgen, die wissen, sicher ist auch jetzt zur Stunde noch nichts. Also das Land könnte nach dieser Wahl tatsächlich nicht gespaltener sein. Die einen fordern, jede Stimme sollte weiter ausgezählt werden. Andere wollen das am liebsten verhindern, ganz im Sinne von Donald Trump. Aktuell hat Joe Biden die Nase vorn, aber wir lernen ja bei dieser Wahl, alles andere ist auch noch möglich. Das war nicht immer so in den USA. Zeigen wir Ihnen auch, wir haben da ein schönes Fundstück. Denkwürdige Bilder. Aber wer wird das sein? Noch steht es nicht fest. Diese Wahl ist weiter ein Zeichen dafür, wie gespalten das Land ist und wie gespalten manchmal und zerrissen, manchmal auch Familien sein können in dieser Frage. Das hat mein lieber Kollege Ingo Zamperoni Montag sehr eindrücklich geschildert. In einem Film von ihm und seiner Co-Autorin Birgit Bernke, da bist du schon, über seine Familie, die eben auch in zwei Lager geteilt ist, demokratisch und republikanisch. Darüber wollen wir natürlich reden. Ingo Zamperoni ist uns zugeschaltet aus Washington. Ingo, wie wird denn dieses Wahlergebnis, das müssen wir ja sagen, immer noch keins ist so richtig, bei euch in der Familie gesehen? Gerade ein paar Bilder aus der Familie gesehen, in der Küche, da wird sicherlich hitzig auch über Politik diskutiert, wie jetzt überall in allen Familien. Was würde sich denn verändern mit einem Joe Biden als Präsidenten? Einen ersten Schritt hat er ja jetzt sogar schon angekündigt. Ich frage dich als Nachrichtenmann und natürlich persönlich betroffen. Ja, auf eine Versöhnung würden wir aus europäischer Sicht natürlich sehr hoffen. Wie auch immer das Rennen ums Weiße Haus ausgeht, was glaubst du bleibt danach? Wird sich das Land wieder versöhnen? Du hast es ja gerade angesprochen, versöhnliche Töne, kündigt der eine an nach dieser Wahl? Oder bleibt es im Kleinen wie im Großen, auch in Familien, ein geteiltes Land, auch im Hinblick vielleicht auch auf deine Familie? Man kann viel ziehen aus dieser Wahl. Vielen Dank für diese sehr persönlichen Eindrücke. Ingo Zamperoni, Dankeschön nach Washington. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, also die Wahl wird uns natürlich weiter beschäftigen. Das bleibt natürlich Thema für uns und auch Ergebnisse hier weiter natürlich im Ersten. Wir gucken aber auch auf das zweite große drängende Thema, das bleibt Corona. Und wenn man das hört, was jetzt kommt, dann denkt man erst einmal, das darf doch nicht wahr sein. Es kann doch niemand zur Arbeit geschickt werden, der Corona-positiv getestet wurde. Das widerspricht doch gerade allem, was wir jeden Tag lesen, was wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Und besonders, wenn es sich um Pflegekräfte und Personal in Kliniken handelt. Und doch soll das tatsächlich in Einzelfällen genauso geschehen sein. Frage hier. Ist das okay? Dieses Bild ist in jedem Fall ungewöhnlich in dieser Zeit, dass einer in der Menge steht und keine Maske trägt. Und vielleicht haben Sie das auch schon erlebt und vielleicht sogar andere mal gebeten, die Maske aufzusetzen, um alle zu schützen. Aber es gibt Menschen, die müssen das tatsächlich gar nicht. Die sind befreit vom Maske tragen. Aber wer darf das eigentlich und warum? Da hat es nämlich auch schon sehr strittige Fälle gegeben, auch dazu jetzt. Bitte mit Maske. Aber wann ist man befreit? Welche Voraussetzungen muss man da erfüllen? Wir haben das nochmal als Service für Sie vorbereitet. Das Ganze gibt es online bei brisant.de. Und wir machen weiter mit Nachrichten. Und da sind wir in Berlin. Es geht um ein Gewaltverbrechen an einem Kleinkind in der Hauptstadt, das heute viele Menschen schockiert hat. Ich habe da nie einen hinbekommen. Prominent. Wir gucken auf die Prominentse heute. Wir haben ein Überraschungstalent in der Sendung. Ganz viel Liebe und etwas zu feiern. Und los geht's jetzt. Und wir starten mit dem Überraschungstalent der Woche. Und das ist er, Tyler, Sohn von Mark Torenzi und Sarah Connor. Und der hat nun über Social Media offenbart, dass er das Talent von Mama und Papa geerbt hat. Gucken wir nochmal auf die beiden. Das waren die, genau, Sarah Connor, Mark Torenzi. Also der Berufswunsch von dem Sohnemann, der ist sicherlich klar. Und Talent hat er auch. Liebe Zuschauer, irgendwie klappt es hier nicht mit unserem Film. So ist das manchmal in einer Live-Sendung. Eigentlich funktioniert alles und plötzlich steckt. Aber jetzt höre ich gerade auf dem Ohr, es klappt alles. Also der Film ist da. Wir gucken jetzt nochmal rein in den Sohn von Mark Torenzi. Sohn und Sarah Connor, der hat ein Riesentalent. Und jetzt schauen wir mal, ob die Technik mitspielt. Ja, und danke an die Kollegen der Technik, die das noch gerettet haben. So gab es unseren Film. Doch noch berühmte Eltern, gleich berühmte Kids. Das klappt tatsächlich häufiger, als man denkt. Und haben wir auch mehr online. Gucken Sie gerne auf brisant.de. Und wir kommen zu einer ganz tollen Schauspielerin. Preise fürs Lebenswerk. Die haben ja doch immer so ein bisschen den Touch des Endlichen, weil es ja doch so klingt wie Danke. Das war super großartig. Aber was kann da noch kommen? Bei Tilda Swington hat man zum Glück ein ganz anderes Gefühl. Sie wird 60 Jahre alt heute. Und der Preis fürs Lebenswerk in diesem Jahr bei den Filmen noch sehr viel mehr. Und bei ihr glauben wir das sofort. Ja, Happy Birthday, Umarmung in diesen Zeiten. So geht das. Ganz viel Geburtstag drin heute. Auch er, Matthew McConaughey, hat diese Woche Geburtstag. Ist 51 geworden. Das daneben ist seine Frau. Und inzwischen gibt es einen ganzen Kinderstall dazu. Haben wir auch ein süßes Bild. Da sind sie alle zusammen mit Omi an der Seite. Die Kinder sind schon fast alle Teenies inzwischen. Aber zu Papas Geburtstag haben sie ihm jetzt ein kleines Video zusammengeschnitten. Aus Kindertagen ganz niedlich. Und der stolze Papa hat es mit seinen Fans geteilt. Das ist Happy Birthday und morgen machen sie den Führerschein. So ist das mit Kindern. Und wir singen nochmal Happy Birthday jetzt für ein anderes Promi-Geburtstagskind. Die hier kennen sich mit Liebe aus. Ganz klar Sturm der Liebe. Wie ist es aber mit den Themen Ü18? Ja, es stimmt. Wir reden jetzt über Sex, aber es liegt nicht an uns. Nein, die Stars aus dem Fürstenhof spielen nämlich jetzt auch noch Theater. Also dann, wenn man wieder darf. Und da geht es inhaltlich gut zur Sache. Und es scheint allen sehr viel Spaß zu machen. Hatten wir auch. Spaß bei der Arbeit, das hilft uns sicherlich allen in diesen Zeiten. In diesem Sinne einen guten Abend. Morgen mehr. Tschüss.